Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, Schorsch. Das wäre zu offensichtlich. Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß. Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zu mitnehmen. Mittelaltes Käse-Sandwich, Hofnarrgürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. Schorsch, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Oh! Frau Mümmel hat einen riesigen Roboter-Drachen. Wollt Ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für Schorsch der beste Ausflug aller Zeiten. Schorsch liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Muuu, habe ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle, aber es macht immer noch dröppelti-dröpp-dröpp. Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld. Vielleicht ist es ja dieser hier. Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr. Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt. Ist es jetzt besser? Also, jetzt tropft es noch mehr. Hm, da ist ein Riesenloch in Ihrem Dach. Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten. Oh, weia. Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt. Hurra! Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Falschirmsprung machen möchte? Meine, 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 meine. Wir brauchen nur einen. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? So was hab ich noch nie gemacht? Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist wie wir Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Papa und Schorsch sind mit Mama Wutz beim Einkaufen. Ganz schön großer Einkauf. Das ist alles für Opa Wutz, weil Oma Wutz nämlich in den Urlaub fahren will. Oh, ich verstehe. Ganz schön großer Einkauf. Stand alles auf Oma Wutz' Einkaufszettel. Wo ist das Auto? Ich bin nicht mit dem Auto hier. Ich wusste ja nicht, dass ihr so viel einkauft. Oh, dann rufe ich uns ein Taxi. Hallo, Taxizentrale. Ich schicke Ihnen sofort einen Wagen. Entschuldigung, ich muss nur mal kurz raus. Bin gleich wieder da. Ihr Taxi ist da. Wohin soll es denn gehen? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte. Okidoki, steigt ein. Sie waren sicher beim Einkaufen. Die Leute kaufen viel zu viel ein heutzutage. Kaufen dies, kaufen das. Ständig einfach. Aber Frau Mümmel, warum reden Sie denn so viel? Das machen Taxifahrer so, Peppa. Aha, stellen Sie sich vor, neulich saß Mr. Kartoffel bei mir im Auto. Da, wo Sie... Oma Wutz verreist für ein paar Tage. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, dann... Ja, ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Oh. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen. Und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also, machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabel so rum. Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wabbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja. Okay, dann mache ich es. Gleich morgen. Hurra. Aber ich muss das Matschepfützen-Springen erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf und ab springt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützen-Springens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützen-Springanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich habe sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützen-Springen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich einmal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützen-Springen zu sehen. Was ist da passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Hurra! Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran! Hui! Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch! Hui! Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen! Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch! Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger! Ha, ha, wiedersehen! So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Ähm, ähm, am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Supergut! Danke, Papa! Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in seinen Laster? Er hat darin einfach alles. Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen, glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja! Woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah! Danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh! Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp! Wer zuerst an Peppas Haus ist. Achtung, fertig, los! Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra! Ahoi auch, Hopawutz. Herrlicher Tag zum Schippern. Ähm, ja, ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Äh, könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ähm, ich stehe grad drauf. Ho, ho, ho. Ist es gesunken? Äh, tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Clef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Käpt'n! Ei, ei, Skipper! Opa Clefs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft. Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opie Mümmel. Ahoi auch, ihr Lottratten! Ahoi auch, Opie Mümmel! Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Ähm, jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ähm, ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich! Ich muss den Schaden grad mal ausmessen. Opie Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre! Boah! Der Regen hat alles überschwemmt. Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matsche Pfützen, ich komme schon! Hui! Ja! Oh! Wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Hihi! Äh! Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi! Ahoi! Ein wunderbarer Tag zum Schippern! Ähm, ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Äh! Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Hihi! Guck mal! Da ist Luzi Lockes Haus. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade, bitte. Ah, Schokolade! Hallo, Klausi! Hallo, Peppa! Ich helfe gerade meinen Opa! Wir retten Leute vor dem Wasser! Großartiges Wetter für sowas! Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Ähm, vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic! Zeitung! Comic! Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Hallo, Zoe! Hübsch siehst du heute aus! Dankeschön, Luzi! Das ist mein neues Kleid! Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Oh, das ist ein blödes Spiel! Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann! Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort! Hallo zusammen! Hallo, Klausi! Hallo, Klausi! Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr! Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte! Ich bitte! Mh, mh! Du darfst nicht mit dem Kopf nicken! Das ist schummeln! Und auch nicht blinzeln! Hallo zusammen! Hallo, Petro! Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder! Kein einziges Wort! Warum? Weil sie eben zu viel redet! Ich rede gar nicht so viel! Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst... Oh, seht mich an! Ich bin Luzi Locke! Höh! Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst... Micky Micky Buu Ba Buu! So rede ich niemals! Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi! Du plapperst genauso viel wie ich! Ich kann ganz ruhig sein! Das ist nicht so einfach! Aber auch nicht so schwer, Peppa! Na gut, dann mach du's doch mal! Dann machen wir's alle! Wir zeigen es meiner Mama! Mama, wir sind jetzt alle ganz leise! Unheimlich leise! So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört! So leise wie in der Maus! Also das nenn ich mal einen Brombeerstrauch! Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war! Dieses wuchernde Unkraut! Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen! Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt! Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch! Indem es von Brombeeren nur so wimmelt! Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt! Vorsicht, Schorsch! Sonst verhedderst du dich noch! Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Bären dran! Schlauer Opa! Aber die besten Bären wachsen hier ganz, ganz oben! Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht! Ähm, lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz! Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert! Äh, ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr! Ich weiß schon, was ich tue! Oh weh! Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen! Mama, kommst du da raus? Äh, nein, ich hänge fest! Du bist gefangen in einem Dornenbusch! Genau wie Dornröschen! Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen! Eines Tages schlief sie in einem Dornenbusch ein! Und dort blieb sie hundert Jahre lang! Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa! Da kommt Luzi Locke! Hallo, Peppa! Hallo, Luzi! Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest und da bleibt sie jetzt für hundert Jahre! Genau wie Dornröschen! Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen, der gibt ihr einen Kuss! Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer! Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben! Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama! In hundert Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich! Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. Nein, zehn! Alles muss versteckt sein! Ich komme! Ich weiß, wo ihr seid! Oh! Peppa kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht! Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy! Hallo, Peppa! Was machst du denn hier? Wir spielen alle verstecken! Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden! Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich! Pass mal auf! Hab euch! Oh, hallo, Freddy! Aha, da seid ihr! Buh! Oh! Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen! Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach! Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch! Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch! Du riechst nämlich fein! Oh! Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen! Finde Luzi mit geschlossenen Augen! Kein Problem! Versteck dich, Luzi! Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Alles muss versteckt sein. Jetzt komme ich! Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Hab dich! Oh! Und alles nur mit meiner Nase! Du hast eine Supernase! Ja, das stimmt! Ho, ho, ho! Hallo, alle zusammen! Hallo, Weihnachtsmann! Wart ihr denn alle brav? Ja! Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja! Und du? Ho, ho, ho! Natürlich! Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht! Ich möchte einen Fußball, bitte! Ein Zylophon! Ein Hündchenspiel! Einen Zauberkasten, bitte! Rennauto! Ein Hüpfball! Boing, boing! Einen Zug, bitte! Spielzeugzug! Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug! Den ich richtig fahren kann! Mit richtigen Passagieren! Oh, mal sehen, was ich tun kann! Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran! Entschuldigung! Wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz! Wir kennen uns doch schon! Ah ja! Schön, dich wiederzusehen, Peppa! Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht! Bitte! Ähm, für mich dasselbe bitte! Ja, sehr schön! Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh, ja! Wie alt bist du? Ho, ho! Ich bin viele hundert Jahre alt! Ich wusste es doch! Hi, hi, hi! Wiedersehen, Weihnachtsmann! Vergiss nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen! Und einen Saft, wissen wir schon! Und Möhren für die Rentiere! Ho, ho, ho! Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück! Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch! Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind! Keine Sorge, Peppa! Der Weihnachtsmann weiß immer alles! Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi! Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama! Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt! Das wird meine Schwester sein! Guten Tag! Guten Tag, Frau Mimmel! Tante! Ich kann nicht lange bleiben, ich habe nämlich jede Menge zu tun heute! Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren! Dann bis später, Schwester! Ja, Schwester! Ups! Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen! Oh weh, mein Knöchel! Ich kann ja zur Arbeit hüpfen, oh! Von wegen! Du bleibst hier und erholst dich! Aber ich habe so viel zur Arbeit! Ich werde deine Arbeit machen! Was ist zuerst dran? Der Supermarkt! Okay, Luisa, du kümmerst dich um deine Tante! Ja, Mama! Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen! Zum Glück sind Sie da, Frau Mimmel! Frau Mimmel ist krank! Ich werde Ihre Arbeit machen! Sie sind nicht Frau Mimmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel! Muss ich hier sitzen? Äh, ja! Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein! Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht! Ich habe einen Gutschein! Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Ähm... Luzi Locke hat ihr Krankenschwesterkostüm an! Keine Angst! Ich tue nur so als Krankenschwester! Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Hier bei Luisa Löffel! Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel! Ist alles in Ordnung? Ja! Gut! Denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag! Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mimmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe! Chloe! Chloe! Oh! Chloe! Hey, ihr! Das hier sind meine Freunde! Elmar Eichhorn und Belinda Bär! Ihr könnt mich El nennen! Abkürzung für Elmar! Und ich bin Belle! Abkürzung von Belinda! Ich bin Peppa! Wir nennen dich Pep! Oh! Und das ist George! Wir nennen dich Sch! Oh! Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloe! Ich bin doch kein Baby! Aber ihr seid beide klein! Ich bin ein großes Mädchen! George ist klein! Ähm, wollen wir euch zusammen was spielen? Ja, komm! Wir spielen Verstecken! Wir spielen doch keine Baby-Spiele mehr! Wir sind fast erwachsen! Wie wär's mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest! Und wo ist dabei das Spiel? Du darfst nie sagen, Ja oder Nein! Baby einfach! Also sollen wir anfangen? Ja! Haha! Du hast Ja gesagt! Das ist nicht fair! Ich war noch nicht so weit! Belle, bist du so weit? Ja! Haha! Schon wieder gewonnen! Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel! Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich! Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle? Macht mir nichts aus! Sagst du überhaupt irgendwann nochmal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum! Ich geb auf! Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht! Ich sage einfach nie Ja oder Nein! Ha! Gewonnen! Du hast Ja und Nein gesagt! Das war lustig! Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen! Hört sich genauso an wie Verstecken-Spiel! Mama, Papa, es ist Weihnachten! Äh, was? Es ist noch zu früh, Peppa! Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten! Oma, Opa! Ah! Keine Panik! Alle Mann an Deck! Es ist Weihnachten! Es ist doch erst 3 Uhr morgens! Aber der Weihnachtsmann! Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja! Ja, er war schon da! Hier! Die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg! Da sind nur noch Krümel! Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen! Und unter dem Baum sind große Geschenke! Ich hab mir doch eine Puppe gewünscht! Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus! Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen! Hier sind Knallbonbons! Hey, da sind ja Papierhüte drin! Und Partytröten! Und Witze! Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung! Eine Wanderine! Der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut! Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen! Wir haben ganz viel gerührt! Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht! Nicht verraten! Und jetzt die Bescherung! Jippie! Dieses hier ist für Schorsch! Es ist eine Autorennwand! Das sieht aber kompliziert aus! Wollen wir mal sehen! Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin! Auf geht's! Achtung! Fertig! Los! Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren! Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste! Lasst mal sehen, habt ihr auch alle eure Turnsachen an! Pedro hat ein Superheldenkostüm an! Pedro, wo ist dein Turnzeug? Das ist zu Hause! Ich dachte doch, wir verkleiden uns heute! Mir nach, Kinder! Hier in der Turnhalle machen auch die Mamas und Papas Sport! Und haben viel Spaß dabei! Und habt ihr alle Spaß? Ja, Madame Gazelle! Euer Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel! Wo ist er? Hallo, Kinder! Seid ihr bereit für das Training? Ja, Opi Mümmel! Müssen wir das etwa auch machen? Nein, das ist nur was für große Sportler wie mich! Nichts für kleine Abenteurer wie euch! Wir sind keine Abenteurer! Ich mache Abenteurer aus euch! Aber du, du siehst ja aus wie ein Superheld! Ähm, ich tue nur so, als ob! Nur so tun, das ist gut! Also, zuerst aufwärmen! Alle Mann auf der Stelle rennen! Und mit den Armen fädeln! Jetzt strecken! Strecken! Und wackeln wie ein Pudding! Und stopp! So, jetzt sind wir alle warm, jetzt können wir anfangen! Anfangen? Womit? Mit dem Abenteuer! Stellt euch vor, dieser Raum wäre ein gefährlicher Dschungel! Hier sieht's nicht aus wie im Dschungel! Wo sind die Bäume? Die müsst ihr euch vorstellen! Die Bäume, den Regen, den reißenden Fluss direkt vor euren Füßen! Euer erstes Abenteuer ist, auf diesem Balken den reißenden Fluss zu überqueren! Das ist einfach! Nein, nein, nein! Es ist dunkle Nacht und es ist sehr windig! Was? So war es jedenfalls bei mir! Ich hab eine flache Bongo-Trommel! Das ist eine Boran, die ist irisch! Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so! Ich habe einen Tambourin! Sehr gut, Pedro! Du kannst es auch schütteln, etwa so! Ich hab eine große Trommel! Ah, die Bass-Trommel! Miau! Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig! Das Molly nennt man Giro und es kommt von ganz weit eher aus Südamerika! Boah! Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht! Und wie heißen die? Das sind Maracas! Die hab ich auch aus dem Urlaub mitgebracht aus Spanien! Das ist eine Triangel! Mein Papa verkauft übrigens Triangel im 10er-Pack! Danke, Freddy! Das werd ich mir merken! Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen! Danke! Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten! Und die verkauft mein Papa ja im 5er-Pack! Danke, Freddy! Allee! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten! Bitte sehr, Emily! Muss ich den Tanz auch können? Oh-oh! Nein! Mach einfach das Kigge-die-Klack-Geräusch! Hihihi! Ah! Luise hat sich die Becken ausgesucht! Ja! Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt! Jetzt spielen wir sie alle zusammen! Achtung! Fertig, los! Stopp! 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 Das ist keine Musik! Das ist nur Krach! Jeder kann bumm, bumm, bumm! Aber zum Musik machen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein! Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen! Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich! Nimm sie dir! Danke, Mama! Luzi-Locke kommt mit den Keksen zurück! Hurra! Pssst! Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein! Also nur ein Erwachsener! Achtung! Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe! Oh, Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen! Und Luzi hatte eine Geheimmission! Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte! Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein! Da wird man nicht so einfach aufgenommen! Sie müssen erst das Geheimwort sagen! Und welches? Piksennadelnudel! Piksennadelnudel? Sie sind drin! Alles klar! Und was kommt jetzt? Pass auf! Da kommt Papa Wutz! Sie reden mit meinem Papa! Aber verrat ihn ja nichts von unserem Geheimclub! Hallo! Oh, Frau Locke! Da sind sie ja! Wie steht's? Äh, 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 Geheimclub! Oh nein! Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub! Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa! Du bist doch schon erwachsen! Äh, meine Mama ist auch erwachsen! Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort! Welches? Papa Didel-Dudel-Damm! Papa Didel-Dudel-Damm? Du bist drin! Und was mache ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz! Du verfolgst Mama! Aber ganz geheim! Papa Wutz? Äh, hallo Mama Wutz! Was machst du denn da in dem Busch? Ähm, ähm, Geheimclub? Oh! Oh, es ist für dich, Peppa! Emily Elefant ist dran! Hallo? Hallo, Peppa! Kommst du auch zu Edmunds Party als meine Freundin? Oh ja, gerne! Meine Mama hat gefragt, ob wir ihr mit den Kleinen helfen können. Helfen? Ja, klar kann ich helfen! Klausi und Luzi kommen auch zum Helfen. Oh, klasse! Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da! Hallo, Frau Elefant! Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopp-Tanz von euch? Ich! Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung! Fertig! Los! Kopf und Schulter, Knie und Füße. Los, jetzt tanz doch endlich! Susi hier vorne blinzelt noch. Du bist raus! Augen, Ohren, Nacken! Du hast dich bewegt, George! Du bist raus! Linus und Edmund sind auch raus! Und damit hat Sina gewonnen! Du kriegst eine Medaille! Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopp-Tanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar! Dann spielen wir jetzt das Wandernde Geschenk. Ja! Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus. Achtung, fertig, los! Schorsch, gib das Geschenk weiter! Edmund bekommt eine Medaille. Familien ist es in der Untertitelung. Und wenn das Geschenk. Ja! Das Name. Vers means viel. Sowie-Dalung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017